Hallo, Frau Lippenlandschaft. Ja genau, ich bin auch schon auf diesem Marsch. Aktuell beginne ich eine Mission Feld 16 aus der Baumwolle. Da fahren wir mal hin. Die Ernte wird auf Feld 2 fertig mit Raps. Und dann machen wir die Ernte weiter auf Feld 1 Gerste. Gras wächst auch schon schön. Dann werden wir später den Lagerpark machen. Da werden wir einen Cone-Dex bieten. Die Nasenpresse mit Rundfaden. Anhänger habe ich schon. Mal schauen wie es klappt. Was an einem Arbeitsgang, Mehl, Schwanz und die Falten erst. Wenn das klappt, dann kann man sich die Gerätschaft noch kaufen. So, jetzt starten wir in der Ecke. So, jetzt starten wir in der Ecke. Fertig. 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 10er und drüben. Fertig. Wegziehen. Ich bin vorgewandt. Einmal reich hoch runter. Mal berechnen lassen. Zeit schließlich da. Vorgänger hat man die Zeit gesehen. Einmal einstellen. Ja. Gut. Saisondünger haben. Dünn war nicht die Rede. Ich bin schon mit Raps nochmal fertig. Das war alt immer. Hätte ich gerne Hotschkelle. Ich bin schon mit Raps. Ich bin schon mit Raps. Ich kann auch noch kurz. Ups. Weit, danke. Curly. Ja. Schon hoch auf die Fahrzeuge. So, auch jetzt. Dinge. Nichts. Genial. Ja, schon komm ich. Aber, im großen Ding ging Backen rein. Kleingedünger rein. Siehste. Siehste. Jetzt gehts um Fall 16. Und starten mit der Aussage. Säge. Siehste. Jetzt muss ich mit dem Lastball fertig sein. Ich weiß nicht, ob es läuft, ob ich sofort überflüssig bin. Ein bisschen bitrischer. Und dann können wir mit Karten beginnen. Zeitnah mit der Aussage erfolgt. Wie früher wir aussehen. Wie früher wir anfangen. Wie früher können wir in der nächsten Ende starten. Die nächste Nacht ist fertig. Jetzt kann man hier wieder Ausabbegehen. Wie alles in Norden wächst. Zucker. Wie Mais. Quatsch. Das ist gut. Ich sehe es. Sonnenblumen. Zuckernblumen. Baumbolle. Das wäre was geworden. Das wäre was geworden. Das wäre was geworden. Aber gut. Das ist ja lustig. Sonst hätten wir uns die Arsch gerade. Alles fertig gemacht. Und nichts kommt dafür. Baumbolle. Genau. Oh, da war noch abtacken. Wo ist der? Gas. Das ist zeitig. Noch ein bisschen was. Jetzt mal wieder sauber geabelt. Jetzt mal wieder sauber geabelt. Oh, das ist das. Lüge auf L1 Fahrer schon wieder weg Kann er vielleicht einen leeren Ja Zu früh gelobt Lüge auf Aber ich kann sie raus Oh, noch ein bisschen. Ja, jups. Oh, voll. Eben festgehakt. Ja. Wo ist scharfe? Okay. Das ist auch. Das ist auch schön. Untertitelung des ZDF, 2020 90-0 Ja, das ist immer auch typisch, parken ist ja auch nicht erlauben. Ne? Die Straße. So, machen wir einmal die Feld auf 1 rüber. Oh, der ist schlecht, der fangt ja wieder ohne Einfahrt. Da muss man bei Modus einstellen, bei wo wir eben sind am besten. Und fahren. Das ist irgendwie klüger. Okay, das ist zu. Das war mein Lieben Freude. Das war's für die Folge gewesen sein. Was hat euch gefallen? Anregungen? Könnt ihr gerne in Kommentare schreiben. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.